Money, 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 Geld, 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 Geld. There is so much you can do with money. You can invest, you can win, you can lose, you can give it to somebody. Let me give you 20 German verbs you can use together with money. Hallo, ich hoffe es geht dir gut. In case you are new here, welcome to your German teacher. Ich heiße Luzi, my name is Luzi and I'm here to help you to improve your German. Geld, Geld, was ist Geld? So Geld actually consists of Banknoten, Scheine und Münzen. Banknoten und Scheine sind Bills, like the paper one, und Münzen, Münzen sind Coins, the one you see here on this picture. Now in this lesson, I'm going to teach you 20 very important verbs you can use together with Geld. And stick around, because at the end, in my bonus tips, I'm going to give you a couple more words, which we actually use quite common in our language, when we talk in daily language. and it's just synonyms of Geld. So stick around. Wir fangen an mit dem Verb bezahlen. Bezahlen, bezahlen is to pay. To pay something, zum Beispiel, Bezahlst du lieber bar oder mit Kreditkarte? Bezahlst du lieber bar oder mit Kreditkarte? Do you prefer to pay cash or with Kreditkarte? Verb Nummer zwei. Nummer zwei ist brauchen. Brauchen ist to need, and of course everybody needs money. Zum Beispiel, Du brauchst für deinen Deutschkurs Geld. Du brauchst für deinen Deutschkurs Geld. You need money for your German class. But, in case you're just watching my channel, then, of course, everything is for free. Nummer drei. Verdienen. Verdienen is to earn money. To make money. Zum Beispiel, Paul verdient jeden Monat 2,000 Euro. Paul verdient jeden Monat 2,000 Euro. Paul earns 2,000 Euros every month. And, by the way, these 2,000 Euros is actually the amount, the average salary in Germany at the moment of this video. Nummer, das nächste Verb, das nächste Verb, ich weiß nicht, welche Nummer, Sparen. Sparen is to save money. To save money. Zum Beispiel, Lisa spart jede Woche 5 Euro. Lisa spart jede Woche 5 Euro. Lisa saves every week 5 Euro. And, this, on this picture here, was ist das? Das ist ein Sparschwein. Ein Sparschwein. Das nächste Verb ist ausgeben. Ausgeben is to spend money. Of course, when you save it, then you can also spend it. Das ist ausgeben. And, be careful, ausgeben ist ein trennbares Verb. Meaning, you can separate this verb. or when you conjugate, you have to separate the verb. You have to take the prefix aus and put it at the end of the sentence. Zum Beispiel, ab morgen gebe ich weniger Geld aus. Ab morgen gebe ich weniger Geld aus. From tomorrow on, I will spend less money. Maybe, maybe not. Das nächste Verb ist geben. Geben is to give. Zum Beispiel, sie gibt ihm 15 Euro. Sie gibt ihm 15 Euro. She gives him 15 Euro. And if somebody gives you money, you can also accept it or you cannot accept it. Das Verb heißt annehmen. Annehmen heißt to accept something. And be careful again, because annehmen is again a separable verb. Das ist ein trennbares Verb. Ich kann dein Geld nicht annehmen. Ich kann dein Geld nicht annehmen. I cannot accept your money. I cannot take your money. So if somebody is offering you too, way too much money, then you can say this. Ich kann dein Geld nicht annehmen. Das nächste Verb ist überweisen. Überweisen heißt to transfer money. Zum Beispiel, gestern habe ich meine Miete oder die Miete überwiesen. Gestern habe ich die Miete überwiesen. Yesterday I transferred the rent. Das nächste Verb ist wechseln. Wechseln heißt to change money. To change money. Wechseln. Or you can also say umtauschen. Umtauschen. Exactly the same meaning. Again, careful. Umtauschen ist ein trennbares Verb. Zum Beispiel, Bevor ich ins Ausland gehe, wechsle ich ein bisschen Geld. Bevor ich ins Ausland gehe, wechsle ich ein bisschen Geld. Before I go abroad, I change a little bit of money. Das nächste Verb ist einzahlen. Einzahlen ist auch ein trennbares Verb und heißt to deposit money. Zum Beispiel, er zahlt viel Geld auf sein Konto ein. Der Mann, der Mann da, der zahlt viel Geld auf sein Konto ein. He deposits a lot of money on his bank account. Das Konto ist bank account. Das nächste ist abheben. So when you put some money on your account, you can also withdraw this money. Abheben heißt to withdraw und ist auch ein trennbares Verb. Zum Beispiel, Der Mann hat gerade 100 Euro abgehoben. Der Mann hat gerade 100 Euro abgehoben. This man just withdrawn 100 Euro. Das nächste Verb ist investieren. Investieren heißt to invest. Or you can also say anlegen. Anlegen is also to invest. It's exactly the same meaning. Again, Anlegen ist ein trennbares Verb. Zum Beispiel, die Frage, Hast du schon einmal Geld in eine Firma investiert? Hast du schon einmal Geld in eine Firma investiert? Have you ever or did you ever invest money into a company? Das nächste Verb ist verlieren. Verlieren ist to lose money. Of course, when you invest money, you can also lose money. Verlieren. Zum Beispiel, Er hat sein Geld verloren. Er hat sein Geld verloren. He lost his money. Das nächste ist gewinnen. Of course, you can also win money. Gewinnen, Geld gewinnen. Zum Beispiel, Ich habe noch nie Geld gewonnen. Ich habe noch nie Geld gewonnen. I have never won any money. And this here, what you see on this picture, this is called Euro Millions and it's probably the biggest lottery in Germany, in Europe, in all of Europe. And yeah, you can win a lot of money there, but of course, also a lot of people play it. So, ja, Ich habe nie Geld gewonnen. Das nächste ist waschen. Waschen is to wash, but you can also, of course, wash money. Of course, it's not washing, it's launder the money. Zum Beispiel, Geld waschen ist verboten. Geld waschen ist verboten. Money laundering is forbidden. Und das nächste Verb ist zählen. Zählen is to count. Zählen. Zum Beispiel, Der Mann zählt seinen Lohn. Der Mann zählt seinen Lohn. He counts his salary. Der Lohn is salary. Das nächste, of course, if you have, especially when you have a lot or maybe too much, then you can also vergeuden. Geld vergeuden. Geld vergeuden to waste money. Or you can also say Geld verschwenden. Geld verschwenden, also to waste money. Zum Beispiel, gestern habe ich Geld verschwendet. Gestern habe ich Geld verschwendet. Yesterday I wasted money. Now you might ask me, but Lucy, was hast, was hast du gekauft? Oder was hast du gemacht? Ich habe eine Mitgliedskarte für ein Fitnessstudio gekauft. Ich habe eine Mitgliedskarte für ein Fitnessstudio gekauft. I bought a membership card for a gym. Which, I don't know, maybe you can relate to this problem. A lot of people, when they buy this membership, but they actually never go and this is kind of wasting money. Geld verschwenden. Bonus tip. Der Bonus tip, as I mentioned before in the beginning of this video, I'm going to give you some additional vocabulary, which you can use to say Geld. So instead of Geld, we use those coming words quite often. But be careful. Das ist umgangssprachlich. You see here on the top in the title, umgangssprachlich. This means we use it quite often when we talk, but it's not official. These words are not official. So don't use them in any exams. But whenever you look them up, any words, you look up in the dictionary, then you see this UGS. UGS is umgangssprache. and this means it is commonly used in spoken language, but don't use them in any exams. Good. Geld. You can say Geld or you can say Asche, Eier, Kohle, Heu, Moneten, Zaster, Schotter, Kröten und Knete. These are just a couple of synonyms we can use for Geld. There are actually some more, but I think these are the most important ones you might heard already or maybe you're going to hear in the future. And now, as you saw before, most, although a lot of those verbs we had when we used them together with Geld, a lot of those verbs are actually separable verbs. Trennbare Verben. And in case you don't know anything about separable verbs or you want to review what separable verbs actually are, then check out this video right here and there you can find all information needed about trennbare Verben. I hope you liked this video. I hope you learned something. And of course, I hope to see you soon in one of my next videos. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye-bye.